Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Adelie Shop News vom 28.2019 So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben und ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop sofort U-Gleich TTV, dann auf Annehmen drücken und es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein und wenn wir das sehen, hier haben wir den Marshmallow wieder, den Mellow Zermatscher, Jo, Fischstäbchen, Musteraufmischer, diese ganzen Banner Skins, wir haben den Pokalknutscher wieder und diesen World Cup Banner, das heißt also, es ist eigentlich alles wie gestern, ich verlinke euch einfach das Video oben rechts in der Ecke und mache hier nur die drei Items durch geschmeidige Moves, Feuerläufer und Headbanger und dann sind wir auch schon durch. Dann fangen wir mal mit dem Smooth Moves an, geschmeidige Moves, mega kultiger Emote, kriegt von mir selbstverständlich 10 von 10. Und Smooth Moves hat hier ein Voting von 4,57 von 5 bei 95 Votes, am 1. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, 13 Mal seit dem 291 Reminders, setzen wir im Shop vor 25 Tagen am 3. Juli 2019. Jo, dann geht's weiter hier mit dem Feuerläufer, den finde ich richtig cool, das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 7 von 10, sieht ja ziemlich strange aus. Und der Firewalker hat hier ein Voting von 3,38 von 5 bei 47 Votes, am 5. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen, 7 Mal seit dem 39 Spiel meiner, das letzte Mal im Shop vor 16 Tagen am 12. Juli. Wie kommen wir zum letzten Item für heute, ist der Headbanger, den habe ich mir selber gegönnt, ich finde das Ding mega geil und ja, kriegt natürlich dementsprechend von mir 10 von 10. Und hat hier ein Voting von 3,11 von 5 bei 19 Votes, am 27. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, 6 Mal seit dem 48 Spiel meiner, das letzte Mal im Shop vor 14 Tagen am 14. Juli. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News, mit mir dem Herrn gleich. Tragt bitte unseren Creator Code ein, wenn ihr uns ein wenig unterstützen wollt, sofort U gleich TTV. Wenn ihr Bock habt, heute Abend gibt es mit Sicherheit nach der Solo WM wieder einen Livestream, ja, Zone Wars, mit euch, unserer Community. Wenn es euch interessiert, wir haben jetzt gestern, also in der heutigen Nacht, haben wir auch einen Livestream gemacht. Und das war richtig cool, das war eine supergeile Truppe, es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Leute, die da mit dabei gewesen sind. Ja, und Master Mic, ich werde mich weiter wehren. Ich freue mich auf den nächsten Stream mit euch. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss, jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ja.